So, jetzt sind wir an unseren beiden Automaten hier. Ich zeige euch gleich, was die Schätz-Umsatz gemacht haben. Aber erstmal wird der Müll hier weggeräumt. So, ab in die Mülltonne hier, Alter! Alles weg, passt! So, dann schauen wir mal, was der Snack-Automat-Umsatz gemacht hat. Der Snack-Automat hat 3.282 Verkäufe, sind 5.341 Euro Umsatz. Jetzt wird der ganze Spaß erstmal aufgefüllt. Hier kommt erstmal Kabel rein, weil ich zur Zeit keinen Kaffee finde. Keine Ahnung wieso. So, der Bull geht immer echt sehr gut. So, dann kommen wir zu dem Automaten. So, dann kommen wir zu dem Automaten. Der hat 1.186 Verkäufe, sind 12.118 Euro Umsatz. Die ganzen Sachen hier. So, dann ist die Auswahl aufgebüllt. Da ist das Gelbes drin war. Macht das Plus weg, nächstes Abteil kommt auch bald. Bis zum nächsten Mal. So, diese Sachen haben wir zu. So, dann sind wir. So, dann nehst du mir. So, dann kommen wir mal.